Wie fühlt man sich mit den neuen Szenen besser? Ja, man fühlt sich besser mit den neuen Szenen. Man fühlt sich, man kann wieder lachen, man kann wieder essen, vernünftig. Kann ich nur empfehlen, jedem anderen kann ich das nur empfehlen, weil die Arbeit sehr gut ist, weil das Ambiente sehr gut ist. Das Ganze, die Organisation, wunderbar mit Hotel, mit Flug, man braucht sich um nichts zu kümmern und alles läuft. Also das ist schon klasse, ist schon echt klasse. Die sollen mal ruhig hier hinkommen. Hier gibt es keine Probleme, da braucht keiner Angst haben. Das klappt alles wunderbar. Das ist wirklich echt professionell, was hier abläuft.